Ich hasse diese plötzlich auftauchenden Gegnern. So, jetzt wüsste ich ja den Teleporter irgendwie starten. Und dann könnte ich ja auswählen, wohin ich mich teleportieren wollte. Scan nach Aktivieren. Zielstation 1. Plattform 1, Plattform 2. Tja, hätte ich irgendwie eine Karte, dann könnte ich ja gucken, wie, wo war es. Ich mache einfach mal Plattform 1. Und los. Okay, jetzt. Ach, das war hier, okay. Ein Imp. Da war der Imp. Bäh. Gut, dann Plattform 2. Plattform 2. Aus. Okay, ist anscheinend noch im selben Raum. Bloß open, denke ich mal. So wie es da aussieht. Teleport aktivieren. Gut, jetzt bin ich hier. Nein! Nein! Alter, nur zwei Schüsse. Ich dachte, man braucht vier Schüsse. Bei diesem Affen. Wie auch immer der heißen mag. Und Dekon. Wollte ich gerade sagen. Jetzt einmal Dekon. Jaja, passt. Ich auch. Ich habe keinen Bock mehr. Gut. Da habe ich die Muni mal besser auf. So. Okay, Plasma-Muni. Gibt es noch eine andere Muni hier? Gut, Rüstung. Und Heilung. Bin ich halt einmal wieder komplett vollgeheilt. Delta Labs B-Aufzug. Oh, nein, 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 nein. Au. 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 Aha, von da rechts. Einer. Tot. Tot. Hat er das. Boah. Oh, Handgranaten. Magazin. Schrot-Hülsten. Adrenalin. Und Heilung. Zugang erteilt. Alter. Drecksbiester. So. Munitionsgürtel. Gut, da gibt es Rüstung. Plasma. Magazin. Ja. Speichern. Speichern. Das ist eine Scheiße. Natürlich. Er trifft, aber ich triffe nicht. Ah. Gut, Konferenzraum. Ich geh mich doch einmal gründlich heilen. Speichern. Und dann weiter. Ich höre da schon wieder so ein... Oh, ich habe wieder volle Granaten. Abgesperrt, natürlich. Kann ich hier durch. Nope. Dieses knurrende Geräusch, da gefällt mir auch nicht. Oh, nein, 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 nein. Wow, das war sogar ein Treffer. Gut, schon mal ein Imp weniger. Glaube ich. Natürlich. Wieso trifft der Imp um die Ecke und ich nicht? Ach, egal. Schnauze. Magazin. Ah, jetzt bin ich hier. So, das verrückte Labyrinth. Ich hoffe nicht mit diesen Dämonenkindern da oder wie die heißen. Speichern. Nett. Gut. Warnung. Fehlfunktion in Kamer. Oh. Oh. Shit. Speichern Und nachladen Wie kam ich nochmal in D3-1 Lager Oder ins D3-1 Lager Rechts hat es irgendwie einen Gegner Nein Uah, wow, wow Wow Oh Nicht doch einer Also mittlerweile hasse ich alles, was keucht und fleucht Und macht und was weiß ich noch alles Aber gut, Steve hat da wahrscheinlich recht Ich mach's da irgendwie bei diesem Spiel Aus der Mücke einen Elefanten Ganz ehrlich, ich find das Spiel einfach grausiger und schrecklicher Als Dead Space Ich kenn da nix dafür Ist nun mal so Okay, hier hätte ich mich teleportieren können Da oben ist der nächste Teleporter So So Erstmal das Und Scannen Gucken Bitte Teleportziel wählen Gut, mach ich erstmal Plattform 1 Speichern Speichern Und ab durch den Teleport Gut Plattform 2 Ist dort hinten Und das war sogar richtig Speichern Speichern Speergebiet Stirb du Nein. Ups. Ups.